Da bist du doch. So, Goalkeepers. Wir gucken mal rein. Wen haben wir als Goalkeeper? Timo, wir haben Curtis, Gulasch, Leno, Sirigu, Rulli, Libakovic und Kolar. Wen nehmen wir da, Jungs? Leno, Sirigu, Leno, Leno. Gulaschi war halt schon stark. Gulaschi war halt schon gut. Sirigu sagt da Max Mock. Ja, ich würde auch sagen, wir nehmen Leno mit, Freunde. Wir nehmen mal Leno mit. Wir können ja noch einen zweiten wählen. Würde ich auch sagen, dass wir hier die Gulag mitnehmen. So, die beiden mitnehmen. Wir gehen mal auf Defensive. So, wir haben Darmstadt. Piquet, Godin, Pepe, Grimaldo, Gomez, Tripper. Aha. Oha, Klischee gibt es denn immer noch. Kabak. Wir nehmen mal hier mit, Jungs. Als erste Position. Ja, Gomez hätte ich auch gesagt. Mukiele. Mukielke. Auf jeden Fall. Mukielkle, oder wie auch immer man ausspricht. Mukielkle. Grimaldo. Kabak. Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist eine Maschine. Grimaldo war auch stark eigentlich. Ich meine, hier, das habe ich jetzt halt leider nicht ganz so verfolgt, ne? Ich sage, wir nehmen doch Grimaldo mit. Alter, wo ist Arnold? Ja, das ist ja nur Community Tots. Ich denke, die anderen kommen ja dann in das normale Tots, ne? Achtung, insgesamt fünf aus einer Liga. Ja, okay. Wählt zusammen am besten. Ja, das macht ja nichts, Digga. Nehmen wir den Kollegen auch mit. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach noch die Shakira mit, oder? Den Bronzer auf Ehre. Wäre halt schon Liebe, ne? Wenn wir den Bronzer nehmen würden, so... Vielleicht wählten keiner. Wisst ihr, so... Der Dick. Wir wählen den Dick oder der NG. Save. Der Dicky. Dicky. Save Dicky. Wir wählen Dicky. So, weil wisst ihr, der will auch gewählt werden. Das ist scheiße, wenn wir den nicht wählen. So, Mittelfeld. Wir haben Fernandinho, Casemiro, Busquets. Brandt auf jeden Fall, würde ich sagen. Brandt auf jeden Fall. Leiva, Moutinho, Jorginho, Rafa, Valbuena, Bentachkur, Amrabat. All das. Die Jungs. Save. Simao! Save. Er frei gibt es auch noch. Nakagawa. Stoppelkampf. Auf jeden Fall. Wo ist der? Hier, Mara, ich habe ihn schon drin im Team. Tag. Ja, ich muss jetzt erstmal mal erwähnen. Moment. Moment. Wen nehmen wir noch mit? Valbuena. Hier, so. Da ist er, der Stoppel. Philippe Andersson, würde ich auch noch sagen. Stoppel, Bruder! Und dann haben wir noch einer. Du hast es geschaffen in die Top-Tropel. Boga. Kimbo. Kiyung. Maschine. Goalgetter. Thiago Wuss. Direkt mal für dich gestimmt. Was machen wir, Freunde? Ich würde auch fast noch sagen Thiago, oder? Aber Ben Dacour auch gut. Casimiro könnte stark sein. Ben Dacour könnte halt aber auch krass sein, ne? Timo. Ja. Komm, wir nehmen noch Thiago mal hier mit. Etterkes. Was haben wir da? Die Etterkes. Turam. Alter, Nani wäre halt auch geil. Ding wäre halt auch geil, ne? Kruse. Eigentlich Pimmel-Kruse. Safe. 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 Nani, Freunde. Wir müssen Nani auf Ehre. Obwohl. Turam eigentlich, ja, ist auch gut. Nani ist aber Liebe so, ne? Sollen wir noch Turam mitnehmen? Oder Schönjak? Turam war schon stark. Ja, wir nehmen Turam mit. Komm. Ah, wir können den aber mitnehmen. Wegen Liga. Dann müssen wir Bundesliga was rausschmeißen. Ah, Nationalität. Wir dürfen keinen Deutschen mal mitnehmen. Oder was? Nee, nee. Das ist ja Franzose. Deswegen der Liga oder was? Warum können wir den denn auswählen? Ah, from this league. Okay. Herr Schmitzi. Scheiße, Jungs. Aber wen schmeißen wir dann raus? Wen werfen wir dann dafür raus? Thiago raus. Ja, dann würde ich auch sagen, weil Turam war schon gut. Komm, wir schicken Thiago rutschen. Machen Käse mal noch mit rein. Jetzt einfach. Ja, wir können gleich noch mal zusammen drüber gucken. Turam rein. Lass uns mal so. Aber wir können hier noch paar Saps mit rein buttern. Wen hat man da noch? Ja, Gommes. Soll ich Gommes mitnehmen, Timo? Ja. Mit dem du im Hotel warst. Gummis. Ja, der Gummis. Irgendwann. Mielik. Wen haben wir da noch, Freunde? Komm ich... Ja, wir können nicht mal mitnehmen. Wo kann man wählen bei Footwiz? Äh... Ich würde sagen... Piquet nehmen wir einfach mal noch mit. Toll, man kann ja fast alle wählen. Ja, das ist echt schwierig, ne? Piquet. Klischee, Freunde. Ganz ehrlich, der ist eigentlich auch Liebe. Klischee. Die früher... Wer kennt den noch aus alten FIFA-Teilen? Das war ein Biest. Den müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Okay, wir... Wir machen den. Penta-Kur. Noch mit dazu. Und die Kammer... Wo ist er? 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 Wo ist der? Klischee ist safe, Digga. Klischee. Hier, Kammerwaga. Kammervinga. Tripper muss auch. Tripper, Tripper, Tripper. Wo bist du, Tripper? Trippier. Moment, NG. Eigentlich... Komm, Jungs. Der muss eigentlich doch auch mit. Ich schwör's euch. Der NG muss doch mit. Sahar wäre auch geil. Halt auch Baba. Können wir den noch? Ja, können wir auch. Sollen wir's so rausbuttern? Oder was meint ihr? NHG. Für Benji. Ja, aber... Sahar sieht halt schon lecker aus, ne? Der sieht schon gut aus. Das ist Community Tots. Safe NG. Aber wen sollte man dafür rauswerfen? Sonani kannst du nicht rauswerfen. Stoppel kannst du nicht rauswerfen. Simon kannst du nicht rauswerfen. Diggi kannst du nicht rauswerfen. Pepe für den Silber. Na, Brudy. Wir hauen's so raus, oder? Kommt schon, Jungs. Wir buttern's einfach so weg. Chillwell raus. Eigentlich müsste Klose rein. NG für Chillwell. Bendercore raus. Ah, Bendercore, Digga, können krass aussehen. Können krass. Komm, wir lassen's so. Scheiß doch drauf. We're saving's. Da, Abfahrt. Alter, Jungs, wie geil wär ein Stoppel. Und halt einfach Simon. Der Rest ist mir scheißegal. Simon und Stoppel, Beste.